Wenn du dein Produkt verkaufen willst, egal ob online oder offline, dann ist der größte Feind, den du dabei hast, deine Unsichtbarkeit. Was meine ich mit Unsichtbarkeit? Der Kunde sieht dich mit dem Produkt, du gehst weg mit dem Produkt, er vergisst, dass du da warst. Deswegen ist ein strukturiertes Follow-up-System so wichtig. Wir wissen, beim ersten Besuch werden in 98% der Fälle kein Verkauf generiert. Das heißt, du brauchst ein Follow-up-Programm, sonst wirst du 98% deiner potenziellen Kunden verlieren. Und diese Unsichtbarkeit, die kannst du zum Beispiel mit Social Media oder mit Retargeting-Werbung online sehr gut abdecken. Das ist eine gute Möglichkeit, wie du aus diesem Unsichtbarkeitsloch rauskommst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann klick doch jetzt auf Gefällt mir. Und wenn du ein Unternehmen hast und willst, dass dein Umsatz weiter wächst, dann ruf uns kurz an oder schick uns eine E-Mail an office.nordstieg.at und wir besprechen kurz, wie wir dir helfen können.